508 Oberbömsdorf ist seit dem 8. März 1994 ein Ortsteil der Stadt Schleitz im Saale-Oller-Kreis in Thüringen. Oberbömsdorf ist vor allem als Start- und Zielpunkt der traditionsreichen Rennen auf dem Schleiser Dreieck bekannt geworden. Geografie und Geologie Oberbömsdorf liegt auf einem höheren Plateau versteckt hinter dem Buchhübel und Wäldern, die die Feldflur umrahmen. Geologisch gesehen liegt die Gemarkung des Ortes im Südost-Thüringer Schiefergebirges. Diese Böden sind durch den hohen Feinerdanteil und den hohen Humusgehalt sehr ertragreich und sicher. Das finden die Bauern in der Feldflur vor. Quellmulden sowie schmale Torlagen sind typische Grünlandstandorte. Ackerbau betreiben die Bauern meist nur auf plateauartigen Geländerücken, welligen Ebenen und flachhängen. Geschichte Die geschichtlichen Ursprünge des Ortes liegen im Dunkeln und lassen sich nur bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Eine Gründung durch böhmische Einwanderer ist zwar nicht nachweisbar, aber naheliegend. Die seit Jahrhunderten bezeugten Namen Prager und Böhm könnten das belegen. 1333 wird der Ort als Bömsdorf urkundlich erstmals erwähnt. Der Name wandelte sich im Laufe der Zeit über Bömsdorf und Bömsdorf zu Bömsdorf und wurde um 1533 aufgrund der Namensgleichheit mit einem weiteren Ort innerhalb der Herrschaft Schleiz in Oberbömsdorf geändert. Bereits 1432 wird die Kirche des Ortes in einer Urkunde erwähnt. Ein heute Wüstekapelle alte Klaus nahe dem Ort wurde sogar schon 1399 gestiftet. Die jetzige Kirche Oberbömsdorfs ist im Wesentlichen 1705 erbaut worden, nachdem ein Brand im Jahre 1665 den Vorgängerbau aus dem 15. Jahrhundert vernichtet hatte. Die Innengestaltung ist von einer schlichten, aber keinesfalls kargen Schönheit und Festlichkeit geprägt. Die im Jahre 1777 eingeweihte Orgel stammte von dem bekannten Orgelbaumeister Johann Gottlob Rampeli. Heute ist von dieser Orgel nur noch der Prospekt erhalten. Vom 26. bis 29. Juni 2008 erinnerte Oberbömsdorf mit einem Festwochenende an die Gründung des Ortes vor 675 Jahren.